In dem Buch wirst du in die Geheimnisse der Therapeuten und Psychologen der Welt eingeweiht. Das unterschwellige Verführungssystem ist ein besonderes E-Book. Absolut alles basiert hier auf psychologischen Grundlagen oder Evolutionstheorie. Es ist viel einfacher Frauen zu verführen, wenn man weiß, wie man sie manipulieren kann. Das E-Book ist in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt beschäftigt sich auf 32 Seiten allgemein mit den psychologischen Grundlagen des menschlichen Gehirns und wie es uns steuert. Dieser Teil ist sehr interessant und vor allem wichtig, um das System komplett zu verstehen. Von diesen psychologischen Experimenten werden viele von renommierten Wissenschaftlern aus Amerika durchgeführt. Thomas, der Autor des Buches, hat darunter zum Beispiel ein altes Experiment von Pavlo aufgeführt und dieses dazu verwendet, um Frauen zu verführen. Der zweite Abschnitt umfasst dann 100 Seiten und erklärt dir von Anfang bis Ende, wie genau du Frauen verführst. Du lernst im Buch, wie du dich selbst manipulieren kannst, um selbstbewusster mit Frauen umzugehen. Sehr viele Therapeuten verwenden Methoden, um Menschen von Ängsten oder Süchten zu befreien, so wie sie Menschen davon befreien können. So können sie ihnen diese Verhaltensmuster regelrecht einprogrammieren. Thomas stellt in seinem Buch vor, was er von seinem Therapeuten gelernt hat. In dem unterschwelligen Verführungssystem wirst du acht Eigenschaften und ihre korrekte Anwendung erlernen, mit denen du unglaublich attraktiv auf Frauen wirkst und ein unterbewusstes Verlangen in ihnen erzeugst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017